So, ich glaub, der nimmt auf, ja, sieht gut aus. Ja, ähm, ich bin jetzt schon seit ein paar Stunden am Stream, äh, ich hab auch schon das Video eigentlich hochgeladen um, ich schätze mal 7 Uhr ungefähr. Ähm, das wird aber nicht verarbeitet, deswegen hab ich das jetzt nochmal, oder will das jetzt grad nochmal neu aufnehmen, ich bin grad kurz offline, ja. Und, ihr habt noch nicht viel verpasst, ich hab jetzt nur eine Mission von Mafia gespielt, ich hatte am Anfang ein bisschen technische Probleme. Äh, Nightmare for Christmas hab ich jetzt heute gestrichen. Ich zock jetzt grad Mafia, zock noch eine Mission und ich schätze mal so in einer Stunde, anderthalb wird's wahrscheinlich auch mit Final Fantasy losgehen. Also, wenn ihr noch Bock habt, könnt ihr gerne einschalten, ansonsten, schönes Wochenende. Bis dahin, äh, wo ist Stopp da? Puh!